Der Tag des Roten Planeten. Der Tag des Roten Planeten am 28. November ist dem Planeten gewidmet, der die Menschen seit unzähligen Jahren in seinen Bann zieht, dem Mars. Heute wissen wir, dass der Mars rot ist, dank der Fotos, die von amerikanischen Ruvern zur Erde zurückgeschickt wurden. Was sind Ruwer, fragt ihr euch? Ruwer bedeutet in der Raumfahrt Erkundungsfahrzeug. Seit Jahrhunderten kann das bloße menschliche Auge die rötliche Färbung des vierten Planeten des Sonnensystems am Nachthimmel erkennen. Die Wissenschaftler wussten nicht, dass das Rot auf der Marsoberfläche von einem Übergewicht an Eisenoxid, dem gewöhnlichen Rost, herrührt. Am Tag des Roten Planeten feiern wir unsere Faszination für den Mars und die wissenschaftlichen Fortschritte, die wir beim Verständnis des storbigen Planeten gemacht haben. 400 vor unserer Zeitrechnung begannen die Babylonier mit der Aufzeichnung himmlischer Ereignisse. Sie nannten den Mars Nergal, den König der Konflikte. Angeblich wegen der Verbindung zwischen der Farbe des Planeten und dem Blut, das bei bewaffneten Auseinandersetzungen mit Feinden vergossen wird. Auch die alten Griechen und Römer müssen diese oder eine ähnliche Assoziation hergestellt haben, denn in ihren Pantheons waren Ares bzw. Mars als Kriegsgötter bekannt. Im Laufe der Zeit, als die Möglichkeit bestand, dass der Mensch eines Tages zu den Sternen reisen könnte, machten sich Autoren und Filmemacher die Faszination über den Roten Planeten zunutze und schuf in Werke der Science Fiction, in denen sie sich vorstellten, auf diesem rostigen Boden zu wandeln. Eine große Frage war jeher, ob es auf dem Mars Wasser gibt, die Quelle allen Lebens auf einem Planeten. Auf Missionen entdeckte man beim Vorbeifliegen polare Eiskappen. Sogenannte Kanäle erwiesen sich aber als optische Täuschung, aber das hielt viele Menschen nicht davon ab, zu vermuten, dass es frühe Zivilisationen auf dem vierten Planeten von der Sonne gegeben hat. Die Diskussion über Leben im All ist aber ein anderes Thema, das können wir gerne noch diskutieren. Es liegt auf der Hand, dass die Vorstellung von Leben auf dem Mars die Fantasie vieler Künstler beflügelt hat, angefangen bei dem klassischen Roman Stranger in a Strange Land von Robert Heinlein aus den 50er Jahren bis hin zu Ridley Scotts Film Der Marsianer aus dem Jahr 2015 mit Matt Damon in der Hauptrolle. Im Laufe dieses Jahrhunderts lieferten Orbiter und Rover-Missionen immer detailliertere Informationen über den Mars, bis die NASA und ihre internationalen Partner begannen, bemannte Missionen zum Mars zu planen. Heute erinnert der Tag des roten Planeten an den Start der Raumsonde Marina 4 am 28. November 1964. Marina 4 führte den ersten erfolgreichen Vorbeiflug am Mars durch und lieferte die ersten Bilder von der Marsoberfläche. Warum ist der Mars ohne Leben? Vor etwa vier Milliarden Jahren wurde der Kern des Mars inaktiv, sein Magnetfeld verschwand und der Sonnenwind riss die Atmosphäre ab. Da unser Magnetfeld jedoch intakt ist, wird unser Planet auf absehbare Zeit blau und lebendig bleiben. Nach der Erde ist der Mars der bewohnbarste Planet in unserem Sonnensystem und zwar aus mehreren Gründen. Sein Boden enthält Wasser. Er ist weder zu kalt noch zu heiß. Und es gibt genügend Sonnenlicht für die Nutzung von Solarzellen. Gibt es aber auf dem Mars-Sauerstoff? Die Mars-Atmosphäre ist die Gasschicht, die den Mars umgibt. Sie enthält auch Spuren von Wasserdampf, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Wasserstoff und anderen Erdgasen. Die Mars-Atmosphäre ist aber viel dünner als die der Erde. Was können die also heute machen, um diesen Tag zu feiern? Natürlich kann man sich zu dem Thema belesen. Es gibt unzählige Sachbücher. Aber wieso Sachbücher lesen, wenn man Science-Fiction lesen kann? Oder einen Film sehen kann? Abgesehen von den Filmen, die ich bereits erwähnt habe, gibt es viele weitere. Der Film Red Planet aus dem Jahr 2000 handelt von der Kolonisation des roten Planeten, weil die Erde im Jahr 2025 vor so großen Umweltproblemen steht. Deswegen versucht man, Sauerstoff auf dem Mars künstlich herzustellen. 2025? Also in zwei Jahren? Ein eher neuerer Film, von 2013, hat eine andere Thematik. The Last Days on Mars handelt von der klassischen Frage, was kann der Mensch tun, wenn es eine Lebensform gibt, die es mit der Menschheit nicht gut meint. Also schnappt euch euer Popcorn und genießt diesen Tag mit Freunden und Familie und dem roten Planeten.